Das ist eine Revoluzionäre Arbeiterpartei, der seit ein paar Monaten in Berlin ist, aber vor zwei Wochen wieder in Istanbul umzuschauen, was dort los ist, und er wird uns auf Englisch mit Übersetzung mit Deutsch erzählen, wie das ist, und dann viel Zeit für Fragen und diskutieren. So, ich habe die Nachrichten, und ich habe gesehen, dass die Türkei Polizei, die jetzt von der Regierung von der Regierung, etwas mehr Teargas zu haben. Sie haben, glaube ich, 150.000 Teargas für diese Jahrzehnte, und jetzt in der Mitte des Jahrzehnte, die Regierung für 100.000 Teargas zu kaufen. Die Türkei der Regierung hat nicht mehr Trennengas-Kanistern. Sie hatten vor dem Jahr 150.000 Kanistern, die sind jetzt alle, und die haben nicht mehr Trennengas-Kanistern. Sie haben nicht mehr Trennengas-Kanistern, die haben nicht mehr Trennengas-Kanistern, die haben nicht mehr Trennengas-Kanistern. Die Türkei der Regierung hat nicht mehr Trennengas-Kanistern. Das zeigt, dass die Trennengas-Kanistern sehr viel Trennengas-Kanistern ist. Besonders das, wenn wir die Trennengas-Kanistern sehen, wenn wir die Trennengas-Kanistern sehen, bevor ich hierher bin, ich hierher habe, ich habe das gesehen. Die Türkei der Trennengas-Kanistern zu sehen, 150.000 Teargas-Kanistern in der Türkei, von 30 May 2017. 7.800 Menschen wurden in der Türkei, und 59 von ihnen waren in der Türkei. Da waren vier Trennengas-Kanistern. Von 30 May 2017. Und 100 Menschen haben in der Türkei-Kanistern gewonnen, weil die Polizei die Trennengas-Kanistern auf die Türkei der Türkei und 11 Menschen verloren, weil die Türkei der Türkei der Türkei der Türkei und die Trennengas-Kanistern. Okay, so einige Statistik von so seit Ende Mai. Ich hoffe, ich habe die Alleritik beschrieben, dass so in dieser, so wir reden über zwei, drei Wochen, es gab 77 verletzt, 59 schwer verletzt, 4 tot, 100 Leute haben Kopftrauma, die kriegen diese Kopftrauma hauptsächlich weil die Bullen mit Trennengas direkt ins Kopf geschossen haben und 11 Leute haben ein Auge verloren in diese zwei, drei Wochen in der Türkei. Wir hatten den größten spontanen Moment in der Türkei. Ich denke, wir können es definitiv für diesen Moment. und in nur ein paar Tage, in 60er Stadt, in mehr als 60er Stadt, da waren demonstratoren. Und in der ersten Woche, in der ersten Woche, da waren 235 Proteste all over Türkei. so es war ein spontanes Moment, das all das Land ausbreitet, und es war wie ein Feuer, das all die Städte der Türkei bärmte. Okay, das ist etwas, das nicht nur Istanbul betrifft, dass es gab Demos in über 60 Städten, dann in der ersten Woche gab es irgendwelche Aktionen in, ich glaube, 275 Ölter in ganz Türkei. Und das ist ein spontanes Moment, das wir sehen, dass die Jugend, die Generation der 90er Jahre, in der Türkei sagen, in der Türkei, kommen in die Straße und das erste Mal in der Welt, die Leute, die Politiker, die sich gegen die Polizei, doch sie wissen, dass es ein schlechtes Polizismus gibt. Die meisten Leute, die haben gehört, sind jetzt eine neue, junge Generation, die als 90er Generation genannt, die bewusst in diese Demonstration kommen, mit dem Bewusstsein, dass sie mit Gewalt von der Polizei zu retten haben. Ich hoffe, dass die Bewegung begonnen hat, wie diese Geschichte begonnen hat. Es war eigentlich ein kleines Initiativ. Wahrscheinlich alle wissen die Geschichte, Gezi Park. Ich weiß nicht, ob Sie in Türkei oder in Istanbul waren, aber Istanbul ist eine sehr große Stadt. Es gibt keine großen Parken, oder so. Gezi Park war ein kleines Park in Taksim, die die öffentliche Gesellschaft nicht benutzt wurde. Aber es war ein Park, die Leute liebte und wollte es dort haben. Der Plan war, ein Militär Barak, der bis 1930 war, das war ein Plan von Erdogan. und es war nicht ganz klar, wie es war, wie es war. Aber das war, der Prime Minister, das ist nicht die Aufgabe des Präsidenten, das ist die Aufgabe des Präsidenten, das ist die Aufgabe des Präsidenten, der Konstruktion des Präsidenten, der Präsidenten, der Präsidenten – Aber in a way it was very visible that again the city will be commercialized, the center of the city will be open for capitalist firms and for the rich people. There was a small initiative which was starting to campaign against it. Okay, this is how this thing happened, it came to, you know, Gacy Park, what it was, that the Premier Minister Adrian tried to build on the one side a Kaserne and on the other side a Luxusbordium and a Einkaufszentrum, so it was, that we know from Mauritius and Randall so very well, that perhaps in the opposite of Berlin in Istanbul, there were very few green spaces and the reaction of the population was, that this verlust of one of the few green spaces for commerce was something that they didn't target. Eigentlich, Adrian had no right to do this, that would be a job for the Burgemeister of Istanbul, but as the former Burgemeister of Istanbul and as he saw him as Sultan for the whole of Turkey, he took this power for him. So what I understand is that the building, that was the Shopping Mail, and that was just an outfit of a historic Kaserne, which was built in a historic historic Kaserne, which was built in place, so is my experience. The Barats was a historic Barats? No, not that much. I think it was built in the 18th century, and before that it was a cemetery of Armenian community, and it was being given to the Armenian community as a gift by Sultan Süleyman, Süleyman the Magnificent. And yeah, it was functioning, this area was functioning as a cemetery for a long while. And as I said, it was not used in the Republic times, and then they transformed it into a small stadium, because in the midst of this barracks there was an open space, and they made a football field, and the people were watching games in the 1920s and 30s, and they destroyed it and they made a park, and the architect of the park was a well-known person also. So I think it was, as far as I know, it was not a historical remaining. Plus, as I'm saying, it was demolished by the government at that time, and this happened in 1930, so no one really knows about this military barrack whatsoever. No one, even, including Erdogan, no one removed about it. Okay, let's just explain the story of this Gaili Park. What was that for? It was originally an Armenian Friedhof, and then there was a campfire that was built up until 1930. Then there was a campfire, then the park was built up, and now we're trying to get the campfire. So this initiative was consisted by engineering chambers, city architects, some small initiatives which are working on city issues, right to city, etc. and this group of people were also very much open for any kind of negotiation with the local authorities or the government. But somehow all the proposals they made were completely denied by the government, were not accepted at all. and as I said, this was like a very much top-to-down project, and it was even directly coming from the Prime Minister himself, so even the mayor was not aware what's going on, though he is the official responsible person for this park project. And, yeah. The demonstration started very spontaneously again, when people realized that that there was no idea of what happened. And the demonstration started very spontaneously again, when people realized that they were demolishing some of the trees in the park, a young group of people realized that and they were occupying the park immediately and trying to stop the construction machines. And they immediately started a peaceful sit-in protest at the park itself, I think on 28 May. And, yeah, they started to camp there because they wanted to protect the park, etc. and because it was coming all of a sudden, this was also causing trouble in society, people felt very uncomfortable about it. So it started like that. And what we saw, and the breaking point, I think, was the police violence, which made all these protests out of control from the government's aspect. And the second day of the protest, they decided to finish this peaceful demonstration, by, of course, violence of the police forces. And then at 5 a.m. in the morning, they came to the park, they kicked people out, and there were some civilian people. I mean, they didn't have official police uniforms, but they were coming with the police, and they were even burning the tents of the people. And this happened in the second day. I think it happened on the third day again. And because this created a lot of anger in the society, then especially the youth, but also the organizations in this small initiative, came to the park again. The city protests started to get bigger. And then on Friday, this was the 31st of May, and then at the daytime, in the afternoon, the police forces decided to finish the demonstration. And even the police forces of Taksim was instructed with the order of finish it. It wasn't like, to use canisters, or to use syrgas, or to push people out. They were having the instruction of finishing the demonstration. So they decided to use excessive violence, and they decided to kick these people out, whatever it costs. Okay, so the action was in the S-Linie, so relatively spontan, and relatively klein. It was a youthful action, they tried to stop the barge. They had a little bit in the park, but that was a small group. What ended up was the use of the assaults of the police force. And then on the second day, a physical demo was the assaults of the police force. The cells that were in the park were burned from the police force. The third day was the same. And until Friday, and then the clashes started, the street fight started, and the side streets of Taksimşkoa, especially in Taksimşkoa, on Beyoğlu side, on Istiklal Street, and on Şişli side, which is another living district to the north of Taksim. And basically people felt so angry, and so, I mean, even for this stupid part, I mean, people are facing this kind of police violence, and some people were very heavily injured, like all the tear gases were being targeted to the head. The water cannons were targeting your head all the time. There were the coverage a bit in the media, not that much, but a bit in the media that the people were getting victim of this incredible violence. So people really felt out of control, and many friends of mine too, people decided to go to Taksim to fight against the police. I think this has never happened before in Turkey. And people started the fights. And at Beyoğlu, in Istiklal Street especially, there was the street fight which was more than 26 hours, I guess, more or less without any stop. and this was just, people were just coming, coming and coming, and it was like, police was throwing heavy tear gas and pepper sprays, and the water cannons were coming, pushing the people back. People were, of course, going back then, but in a peaceful way. I mean, they didn't, they were just throwing the gases back to the police. in a peaceful way, then they were gathering again at Istiklal and they were trying to push the police back, in a way. And because this was very crowded, this was a very massive movement on the street, the police was also a bit afraid because they were kicking people out, but then they were coming back. because there were some movements that, when they were having a delay of coming back, people were somehow getting around them and the police was not able to go back anymore, etc. and some were getting beaten a bit by the protesters. So it was a huge street fight, started at Taksim especially, and as I said, it was going on for more than 24 hours, and this was having a success in Yemen. And in the end, the police understood that they will not be able to kick these people out by using more gas, because, I don't know if you saw this, the photos of Istiklal that day, it was like, even, you are not even able to walk there anymore, because it's, everywhere is gas gas, there is nothing else on the street. And so, yeah, this was a huge fight, and the police and the government understood that this is not working. Okay, so the, the Kampf, so the Zauber, also the Straßenkampf, is, the New Park is in the, the Nachbarsprachen gegangen, in the, it's a long time in the near of the Park. And the, the people of England were so, I mean, that it didn't happen to the park, up with this, that it didn't happen to the small park. It was a long time, the police used to go to the place, and that they were to move with the Dementian. That the training gas, und Wasserkanonen wurden ständig gegen Kröpfe benutzt. Es gab sehr kurze Berichtungen in den Medien über was geschehen ist. Es ist nach Taxi gegangen, um mit den Blumen zu kämpfen. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Türkei, dass wirklich dieser Straßenkampf zwischen Bevölkerung und Polizisten passiert ist. Einer dieser Kämpfe ist 26 Stunden gedauert, so ein endloser Kampf. Und es gab in der friedlichen Demonstration, trotz der Zeit, dass die Gaskanister zurück in die Polizei geworfen werden. Es gab einen Versuch, die Bullen sind an die Demonstranten geschoben, Demonstranten zurückgeschoben, alles womöglich friedlich. Aber es ist so längst dem Polizei klar geworden, dass sie einen Kampfer nicht gewinnen können. Und die Nacht dieses Jahres, am Anfang des 1. Juni, in Besiktas, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, waren auch die Leute zu bauen, um nicht zu lassen. Die Polizei zu kommen mit den Trucks und den Wasser kannen zu den Protestanten. Und sie waren zu bauen in Besiktas, besonders auf Dolmabahçe Palace. Und ja, da waren auch einige sehr lustige Bewegungen, wie ein Grupp von Fußball Fans von Besiktas, Çarşı. Das sind auch ein paar Symbols des Bewegungen. Sie kidnappeden einen Bulldozer. Weil es eine Konstruktion in Taksim ist, sie waren ein Bulldozer. Und einige meiner Freunde waren da, und sie sahen, wie sie versucht haben, wie sie zu benutzen. Erstens, er wurde alle die Stücke, die Maschine machte ein paar lustige Bewegungen. Und sie begannen, die Polizei in Kolmabachs zu begannen, und die Wasserkampferen wurden versucht, zu weg von ihnen zu gehen. Also, sie haben sie bei der 1. Juni in Besiktas, wo sie angefangen haben, Barrikaden aufzubauen. So, selbst verteidigen Barrikaden, um zu verhindern, dass die Polizeiwagen, dass die Wasserkanonen in das Gebiet kommen. Es gab einen so inzwischen berühmten Fall, dass einige Fußballfans haben einen Bulldozer gekidnappt. Die wussten nicht genau, wie das funktioniert und so. Die haben ein bisschen überall herumgegangen, aber die haben letztendlich das geschafft, mit dem Bulldozer die Polizei weg zu jagen. Und in diesen Zeiten, die Rolle der Medien war sehr interessant, weil dann, nachdem die Dinge ausgestattet wurden, die Regierungen, wahrscheinlich, zu den Medien zu den Medien, dass sie diese Proteste nicht sollten, so CNN-Türk, für instance, einer der größten Turkish-Nivee-Stationen, sie war ein Dokumentary über Pink Penguins, auf Friday Nacht. Und sie waren noch nicht mehr über diese Proteste, was passiert in Istanbul. All die Medien, oder nur die majoren Medien? Ja, nur die Medien, die ganze Medien, die ganze Medien nicht mehr über die Medien waren. Sie hatten nichts, in den Medien, noch in den Webseiten, in den Büchern, also in den Medien. das Erste, in den Medien die Medien waren. Das hat eine andere Art in den Medien, der Gesellschaft, die Menschen, die Menschen auf den Netz, die Menschen überwinden, die Medien und die Hühnerinnen, die Menschen, die Menschen, die Menschen auf den Medien glauben, zu kommen, zu kommen. Sie waren Twitter, sie waren in den FK's, sie waren in den FK's. Alle die Menschen in Turkey, oder außerhalb der Türkei, Me too, of course, we started to learn what is the activism in social media, how it can be used for protesters in Istanbul. So everyone was passing information to each other about the development. And this was one of the symbols of the movement, like people with gas masks and smartphones on their hands. And when I was in Istanbul, I saw a slogan on the wall. It was saying, long live smartphones and tablets. Yeah, so, yeah, that's got so, the official media, so, the, I don't know, and so was, wurden stark von der, von der Regierung beeinflusst und die haben so gar nichts berichtet. So, mindestens nach den ersten paar Tagen, dass am Freitagabend, dieser Straßenkamp, gab es da einen Dokumentarfilm über rosa Pinguine. Aber das, das hieß, dass die Leute, die dabei waren, die haben größere Wut, wegen so, dass die sich nicht vertreten wurden von den Medien. Aber es kam auch mit dem Wachstum der Benutzung von Social Medien, von Twitter, von Facebook und sowas und so, und es gab einen sehr schnellen, scharfen Lernprozess, wo Leute so miteinander kommunizieren konnten. Das kam eine so, so, inzwischen gewohntes Foto von, von jemand mit Gasmasch drauf und Smartphone, immer in Hand. Das ist die, die neue Demonstrant und so, sowohl gegen die Train & Gas als auch mit den Social Medien. Und ich will also mentionen, eine der Tools, die sie benutzt, die sehr inspirierend waren, ich glaube, ein paar Menschen, in Istanbul, oder Taksim, und in der Map, die verschiedene Schäden, in verschiedene Schäden, in verschiedene Schäden, wo die Polis barrikaden sind, wo die Protestanten barrikaden sind, wo die Krankenhäuser sind, wo die Krankenhäuser sind, wo die Menschen, wo die Einzelne, wo die Menschen, 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 und da waren vielleicht 20-30er Dots auf der Map, und das wurde verabschiedet bei den Demonstrationen. Wenn man einfach nur Smartphone und Internet access hat, wo die Menschen, dann könntest du gehen, nachdem du gehen, und dann würdest du gehen, wo zu kämpfen, wie zu kämpfen, werfen, und dazu dazu. Beside das, das war natürlich eine große Solidarität von die Menschen, und die soziale, wenn die Kinder in den監nten Inherrhen nicht mehr konnten, die zwölf waren, die Menschen, da Hilfe zu helfen, die imagem für sich, Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie in ein paar Häusen, die sie noch nie kennenzulernen haben. Oder sie sind für ein paar Stunden. So die Leute öffnen ihre Häusen, die demonstratoren sind. Und sogar eine Mosche, neben Dolmobach Palace, wurde in eine Erst-Aid-Hospital geplant. Und alle Medikamenten waren gekommen, alle Doktoren kamen, um die Leute zu helfen. Und sie machten das erste Staat in Mosk. Und das war, wie ich sage, komplett basiert auf Solidarität. Und es war ein sehr wichtiges Teil des Regions. Also eine dieser benutzung von Social Media war, die haben Stadpläne entwickelt. Auf dem Stadplan steht, hier sind die Polizei-Barrikaden, hier sind unsere Barrikaden. Hier ist, wo man hingehen kann, für ärztliche Hilfe, wo wir essen, für Ruhe. Das ist viele der Einwohner, besonders die älter Einwohner, die nicht wirklich so auf der Straße kämpfen konnten. Die haben nicht etwa Trotz, die haben Räumlichkeiten angeboten, wo Leute so ein paar Stunden schlafen können, Ruhe nehmen können. In der Mosche, die haben so ein Krankenhaus aufgebaut. Und alles, was man braucht, war ein Smartphone mit Internetzugang. Und dann, du kannst es so während des Tages sehen, wohin man gehen konnte, wie man kämpfen konnte und so was für Unterstützung zu kriegen war. Ich will nicht so viel über die Analyse gehen, aber ich will kurz über meine Ideen, warum die Bewegung begonnen hat. Was ist die Hintergrund? Vielleicht kurz, aber es ist wichtig, aber es ist wichtig. Und natürlich, diese Bewegung war spontanisch, aber es kamen nicht aus. Es gab einen Schlafen in der Gesellschaft in den letzten Jahren, in den 10 Jahren von AKP. Und das war eine Explosion gegen die Autoritarian neoliberalische Policien. Und das war, in der Moment, ich will kommen zu dem in die Zeit, in der Moment. Also in der Moment, wir sahen, dass all kinds of social movements, kamen zusammen in diese Proteste und sie sich zusammenfassen. Und ich denke, das ist ... Ich will mentionen drei Punkte, drei Punkte, warum das die Hintergrund dieser Bewegung ist. Ich denke, das erste ist, dass die neoliberalische Policien diese Proteste war. Okay, Turkey ist ein europäischer Land. Es ist eine gewöhnliche Entwicklung. Wir hören, dass die europäische Öffentlichen in Europa sehr viel, vor allem nach der Krise, die hier gespricht werden. Aber wir sollten in der Moment, dass die neoliberalische Entwicklung ist eine Entwicklung der Prophets-Policy. Es ist nicht die Entwicklung der Menschen. Die Income der Menschen, wenn man das measure, ich bin nicht sicher, dass es erhöht. Und die Unemployment ist eine große Probleme in der Stadt. Und die wir haben auch sehr, sehr schuldig, auch in der Jugendlichen, in der Universität, in der Jugendlichen, wenn man eine Lehrer möchte, dann ist es schwierig, weil die Neoliberal-Policy der Regierung nicht aufhörst, dass sie nicht eine Schule haben, etc. Und die Entwicklung-Policy haben auch eine sehr schlechte Auswirkung auf die Umwelt selbst. Und sie haben eine sehr schlechte Auswirkung auf die Lokal-Communitäten, die in den letzten Jahren der AKP haben. E.g., es gibt viele Lokal-Movements in der Anatolischen Region gegen die Projekte der Damm-Bilden für Hydro-Energie-Projekte. Denn die Ökonomie ist booming und die Regierung sagt, wir müssen noch mehr Energie-Plans bauen. Und in order to do das, weil es auch Neoliberal ist, wir müssen diese Fever für 49 Jahre verkaufen. Es ist offensichtlich, aber sie verkaufen für 49 Jahre, oder in ein paar Situationen sogar für 98 Jahre, also für 2 Jahre, für die Unternehmen. Also, die Lokal-Communitäten nicht mehr nutzen können, die Wasser haben, weil sie diese Feverlösung nicht mehr nutzen können. Und in den meisten Fällen, der Entscheidungsmögliche-Prozess, weil Turkey ist ein komplett centrales Land, es ist ein upside-down-Version von Deutschland. Die Lokal-Communitäten, aber alles ist für sie zu ihnen. Und wenn sie die Entwicklung-Policy auf die Entwicklung-Policy, was sie hören, ist, dass es die Gesellschaft in diesen Projekten profiten gibt, die in den Nucle-Policy auf die Unternehmen verwendet werden, die in den großen Dams verwendet werden, zum Beispiel. Wenn man die Verlösung auf die Verlösung, die Gesellschaft in den Verlösung, ist es auch eine Verlösung von Second World War. Normally it should be used for very extreme cases, but it's been used in order to promote neoliberal development quite a lot. For the local communities this was creating many problems, and especially the decision-making processes were running people crazy, because you're having a project in your land and now you're asking what you think about it. So this kind of policies were creating a lot of anger, so this was the first one. So, this is the question, why is that? So, I can say, so, the protests were spontaneous, but they were not from nothing. And this is sometimes the result of the previous uncertainty. We have now a 10-year-old AKP-Regierung. We will always invest in the Muslim government. This is rather a authoritarian neoliberal government, better said. It means that the work is very high, and especially the work for young people, who created such protests. There were also some of the ecological fights against the dams, from water, from water, from water, from a nuclear war, and from nuclear war, against nuclear weapons. And there also had a democracy deficit, that Turkey, the German system, the German system, had its own head in the head. In Germany, where they have quite a lot of autonomy, in Turkey, there was in all of them everything from above. Und die Möglichkeit für Leute zu entscheiden, in den Entscheidungsprozess teilzunehmen war so gut in Ordnung. Die Menschen mit der Strafe, die mehr Brüchen machen wollen, weil sie die Fahrindustrie in Nasrin'in möchten. Und wenn sie das Erreignis machten, die die Erreignisse, die Herr Präsidenten und der Präsidenten, und sie haben einen kleinen Gespräch mit ihnen gemacht. Und sie haben den Brügel für Yavuz Sultan Selim, der 16. Sinten von Ottomann, der von den Masakern gegen den Alevitischen Menschen, der nun 30% der Gesellschaft ist. Sie haben den Namen in den Sultantenen, vor dem Projekt zu den Brügel. So all the Alephite people really run crazy after hearing this. Recently, there was the prohibition of alcohol sales after 10 p.m., so a kind of restriction. Erdogan was argumenting himself as this kind of restrictions you also had in Europe etc. He was giving some examples from Nordic countries, but of course it was so stupid and it was so visible by all the youth because Turkey is always having the restrictions or the prohibitions from Europe immediately but never the freedoms actually. So it was so absurd and this low pest right now. You can't buy beer or any kind of alcohol after Tempkiyan in the evenings. And there were discussions about abortion last year. Prime Minister Erdogan all of a sudden he came with the argumentation that people are killing these babies because of the abortion. and this was causing a lot of demonstrations of women movements and feminist movements. And besides that, there was a huge police brutality which people felt very much fed off about. You even had the police violence in the stadiums for example. That's why we were seeing that much football fans in these demonstrations. because they know what the police violence is about. They are having this moral, not every week but maybe every four weeks they are having this kind of situations. And Taksim itself has a historical importance for the opposition because in the 70s the May Day demos were celebrated there. and after the military in 1980 the right to have demonstration at Taksim was banned, was not recognized. And in the last two years it was allowed again after huge protests of trade unions and working class. And this year it was not allowed again. And there was a police violence. and the Prime Minister decided, the government decided not to allow any kind of demonstration around Taksim in Beyrulu as well. Which is the most crowded spot of the city. So of course all the small demonstrations or small groups want to present themselves there because it's the most crowded spot of the city. But they decided to prohibit this kind of demonstration. And from the 1st of May on this in the previous month it was becoming very common that police is attacking someone that is stick there by tear gas or pepper spray. And so this was also part of the part of the anti-demokratic attacks of the government. Okay, there are only a few examples of the different things that people have politized. There was on the other side an attack against the Minderheiten. There was a brick building that was not yet popular because it was used to push for the auto to use. But this new broker was named after an old Sultana. It was the most famous for that he had the Armenians, the Alevitians massacred. The Alevitians are in between 30% of the population in Turkey. And therefore they were symbolically against a large minority in the country. The Alevitians were in between 30% of the country. There were new cases that alcohol was not available after 22 hours. The Alevitians had that written and said, hey, yeah, Turkey will be a European country. You can see, in Baden-Württemberg can you not available after 22 hours. The other end, it was the most famous in the country. The country is a European country. They had to pay for the mandates. And the people in the country were not available after 22 hours. But they didn't have a free mandate. That's why they were talking about it. Also die Polizeigewalt ist nicht nur so bei Gesee angefangen, sondern es gewachsen in den letzten paar Monaten besonders gegen Fußball, in den Fußballstadien. Und es ist kein Zufall, dass relativ viele Fußballfans teil der Demonstration waren, weil die direkt erfahren von Polizeigewalt hatten. Wir finden auch, dass Taksim eine sehr symbolische Wichtigkeit hat. In den 70ern war Taksim der große Sammelpunkt für Demonstrationen. Nach den Militärbrötchen der Türkei wurde Taksim als Sammelpunkt verboten. Es war erst vor zwei Jahren, nach großen Protesten von Gewerkschaften und anderen, dass er wieder veröffnet wurde, wieder erlaubt wurde für Demonstrationen. Und dann dieses Jahr wurde er bei Taksim wieder verboten. Der Ort Taksim ist ein Kampfort vor der Demokratiebewegung. Wir finden auch so, dass die Wiedererwartung schon gesagt hat. Ja. Und letztend waren einige Symbolik attacks, die verletzten die Menschen in der Lande verletzten, wie die Verletzungen von Ramping, für die Armeniener der Journalisten in 2007. In den Verletzungen, viele Offizierungen waren in einer nicht direktem Art, weil sie nicht verletzten die Intelligenz, die sie hatten. Und alle die Menschen, die in dieser Verletzungen in dieser Verletzungen waren, die die Verletzungen in dieser Verletzungen waren, alle die Verletzungen wurden verletzten, ohne eine Angelegenheit. Die Verletzungen wurden in der Stadt verletzungen, die die Verletzungen in der Stadt verletzungen wurden. Die Verletzungen der Verletzungen wurden, die Verletzungen in dieser Zeit, die Minister für Unterricht und Unterricht. Und das ist sehr stöpid. Die Verletzungen wurden in dieser Verletzungen davetend, dass die Verletzungen nicht als eine Organisation verletzungen waren. Und sie wurden nicht verletzungen für kleine Verletzungen, für kleine Verletzungen bei ihnen. Beside das, da waren, zum Beispiel, die Kurdischen Menschen gegen den Robotski-Massaker, wie der Robotski-Massaker. In Robotski, in Kurdistan, 35 jahre in Kürtis-Türkischen Militär, weil der Türkei der Türkei und der Türkei der Türkei der Türkei. Der Türkei der Türkei nicht aufmerksam war. Das war ein Kürtische Kürtische Menschen, dass sie von der Türkei keine Justizität haben. Ich denke, diese Art von der Türkei, die Türkei der Türkei, die Türkei, die Türkei, die Türkei, die Türkei, die Türkei, dann, okay, ich bin Teil davon und ich schreibe die Türkei auch. Das ist, glaube ich, die Hauptsache der Türkei der Türkei. Und noch zwei Beispiele über die Vielfalt von Leuten, die sich nicht von der Regierung vertreten wurden. Es gab im Jahr 2007 den Mord von der armenischen Journalist Frank Dink, die offensichtlich, glaube ich, zur Kollaboration von dem Staat. Aber die Leute, die davor zuständig waren, sind meistens die, die haben davon gewonnen, dass der Polizeichef ist inzwischen Staatsgouverneur geworden, da jemand anderes, der im wichtigen Fall, ist so Innenminister geworden. Und die Leute, die überhaupt vor diesem Ort bestraft worden sind, haben so klein Wurstgeld oder sehr kurze Zeit im Gefängnis gebracht. Gleichzeitig gibt es auch verschiedene Massagen gegen Kurden. 2011 wurden 35 Dörfer zerstört von einem Luftangriff und die Regierung hat sich nicht entschuldigt, für was passiert ist. Und so, das heißt, dass es, als diese blöde Parting passiert ist, es gab so viele Leute, die so viele Gründe hatten, so gegen den Staat zurückzukämpfen, dass die alle so zusammengekommen sind. Und ich denke, es gab drei Phasen der Bewegung. Die erste waren die Street-Fights. Die Street-Fights waren erfolgreich. Es gab eine klar Begründung gegen die Regierung, weil sie nach Gezi Park wiedergekommen waren. Und sie haben viele Barrikäte über Gezi Park gebaut. Es war surreal, als ich da war. Und sie haben eine Polizei-Freihe-Zone gegründet. Die Polizei war nicht in Taksim. Und das war die zweite Phase des Momenten. Und sie haben diesen Ort als Taksim-Kommunie gegründet. Und da waren die Polizei-Freihe. Weil die Polizei aus der Stadt entfernt wurde, sie waren in einer Panik-Kommunie gegründet. Sie mussten die Fahrzeuge verlassen. Sie mussten die Fahrzeuge verlassen. So diese Fahrzeuge waren, natürlich, die Fahrzeuge waren. Die Polizei-Freihe wurden von den Straßen. Die Polizei-Freihe wurden gesteckt. Die Polizei-Freihe wurden gesteckt. Ticket-free, no glasses whatsoever, in the buses, of course, because it was summer. And a car of a TV station, a TV that was burned by the protesters as a response to the media, huge media coverage of Turkey and India. And yeah, it was a police-free zone. And when I was there, I mean, I was there at this place, in Istanbul, in the following weekend, on Saturday, there were maybe 500,000 people really. Everywhere was crowded. Many, many people came to Taksim to see what's going on. And many people were having memory photos in front of barricades. They were building like symbolic barricades. And everywhere was full of street arts. Yeah, it was a very diverse movement. And you had the movement of ordinary people. It wasn't like stamped by left, necessarily. Left was part of the movement, radical left. But besides that, there were many creative young people also on the streets who were designing the streets and the square itself in a way they wanted. And there were many interesting ways of expressing themselves. And people started to come... Gleichzeitig als diese so verschiedenen Vielfalt so in der Bewegung, die sind, hatten sie gar nicht über fünf Grundforderungen. Das erste, dass... Lass mich... Lass mich... Oh ja, dass die... Ja, dass die... Der Park muss... Der Park muss behalten werden. Der Polizeichef muss weg. Die... So, Weg mit dem Trainingsgass. Alle Verhaften sollen freigelassen werden. Und Demorett für alle. Und die waren dabei, um diese so konkrete Forderungen aus Großbruch zu machen. Dann haben wir diese letzte... So, die Brüterfahrt ist jetzt hier. Die letzten paar Tage, als die Polizei wieder den Park angegriffen hat. Und wir kommen jetzt in eine neue Phase des Kampfes. So, I mean, the movement is still going on, but what people developed after police occupied the park again, they started new ways of passive resistance. Like, maybe you saw the Stunnenmann protests right now. It's very symbolic, but it was very much effective for many people. Yeah, it was just using his right to stand, at least, to exist in the park, and this created a huge way of demonstrations. But I think, more importantly, people decided that if Gezi Park is not allowed, then everybody is Gezi Park for us. Then they started people's assemblies in all the parks they have. And while the demonstrations were going on, there was also demonstrations in the neighbourhoods, like making noise by hitting to the ports at 9 pm in the evenings. So now with these people's assemblies, yet two days ago it started. Yesterday there were, I think, 19 assemblies in Istanbul. And today, there was, while we are talking, probably there was going on, in 30 parks in Istanbul, there are assemblies going on. People are now discussing about the movement, what they did, what should they do, how should they continue. It's like, again, a confrontation of people by others, and they are discussing the future of the movement. So that's the phase we are in right now. And I think what people, I mean, even if all the movement is completely oppressed, will be defeated from this point on, I mean, it's impossible to delete the memories from people's brains. So people who were fighting in the barricades, they are well aware that they can win right now. If they fight together, if they present themselves on the streets, if they create a messy movement, then the gains of the movement will also come. And besides that, there is a huge new culture of this movement. And hundreds of thousands of people become political. So this is now creating more mid-term or maybe long-term effects for the Turkish society. And, yeah, of course, Turkey is, this movement was very much affected by Tahrir or the Occupy Movement. Of course, people were following the methods where it was being used in other countries as well. But, of course, Turkey is not a dictatorship. So this will also create many kind of opportunities, I guess, for the political developments in the upcoming years, which there will be local elections next March, for example. So this is like a huge learning process also for us, for the socialists, for the people who are trying to change our societies, our societies and our spaces. So it's also a huge learning process for us, I guess. And what we saw in Istanbul was that people learn from their own experiences. They are not being controlled by any kind of political force. And when they come to the streets, they start to learn from their own experience and they start to create their own alternatives. and I think our role as the revolutionary or socialist movement is to be part of it and try to learn from this process and try to gather the experiences we had in the past. Okay, yeah, so this is not so unclear in which direction that's going to happen, so what was passiert is, that on the one hand, the army have Gedi Park wieder besetzt, on the other hand, that this passive Widerstand goes further. I don't know if the people in the last couple of days have seen this standing man-protest in the last couple of days, a man who stands for hours and still, so that it is to, for me to say, to the people of Israel with the world of the world in the last couple of days, which was, which is something that symbolically brought many people together. The Turkish people have also said, okay, if Gedi Park is so, we can't be in Gedi Park. Gedi Park is everywhere and they have tried to be foreign and to other parks. They also have also tried to be involved. There are several groups within the region of Istanbul, Gestern gab es 19, heute gab es 30 und sowohl die Zürden für die Bewegung diskutiert werden, so in dem Parten. Das auch, so für den Fall, dass das Dorpe untergeht, dass die Gerecknisse bleiben, dass 100.000 Leute haben sich über diesen Prozess politisiert und diese Gerecknisse wird bei denen bleiben. Die Bewegung wurde von Tahir und Occupy-Win besetzt, aber auch die Umstände sind nicht genau gleich. Zurück ist kein Diktator, es wird unter anderen Wahlen in Merz gehen. Aber es sind auch mehrere Sachen, wo es total ein Lernprozess von den Beteiligten dort, die wirklich einige Sachen gelernt haben, die vor ein paar Monaten so undenkbar waren. Und in diesem Sinne, die Rolle von Socialisten ist nicht so überlehrisch rein zu werden, alles zu erklären, sondern auch selber von diesem Lernprozess selber zu lernen, um die Bewegung nach vorne zu bringen. Okay, das war's. Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020